Wollt ihr was lustiges hören? Guck mal, guck mal hier, guck mal hier. Vibrato geht es leider nicht, aber wir probieren es. A little bit. Ach, ich wollte Deutsch reden. Scheiße. Ein kleines bisschen Jazz an der Orgel. Ja, geht tatsächlich. Jetzt am Sonntag, 6. November 2016, hier in St. Joseph in Bonn-Beuel. Das ist in Deutschland für die Ausländer. Großes Konzert, sechs Stunden Musik von sieben verschiedenen Organisten aus der ganzen Welt. Ja, 10 Euro Eintritt ab 15 Uhr. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Tschüss.